Serious Games sind Spiele, die machen Spaß und zusätzlich verfolgen die noch ein zweites Ziel, zum Beispiel eine Verhaltensänderung, die man beabsichtigt, ein Lerneffekt oder einen Gesundheitseffekt. Anwender können über das System geeignete Spiele finden. Bildungsanbieter können so relevante Serious Games erhalten und in ihr eigenes Lernmanagementsystem integrieren. Die Komponenten der Plattform einschließlich der beruhenden technischen Schnittstellen werden im Zusammenspiel zwischen Forschung, Entwicklung und Praxis erprobt.